hallo ihr lieben willkommen zu ccxp cologne update und ja wir haben neue infos diese betreffen jedoch nur die star gäste wieder mal hat die köln messe einen neuen star angekündigt den du vom 26 bis 28 juni auf der ccxp cologne antreffen kannst also los geht's jack coleman wurde als nächster star offiziell bestätigt wenn du dich jetzt aber fragst wer das ist kein problem ich helfe dir gerne auf die sprünge jack coleman ist ein urgestein der film und serienlandschaft er ist wohl am besten bekannt für seine darstellung des noah bennett in den hitserien heroes und heroes reborn er hat als steven garrington bereits bei denver clan sowie in den erfolgserien scandal burn notice criminal minds vampire diaries castle und das büro mitgespielt weitere rollen hat er in nightmare coffee oh baby und kingdom hospital über seine rollen in film und fernsehen hinaus ist er in zahlreichen theaterproduktion sowohl on als auch auf broadway aufgetreten sogar als sprecher hat er erfahrung zum beispiel als doctor strange in ultimate spider man dein ticket für ein autogramm oder foto mit jack coleman kannst du ab mitte mai 2020 im ccxp cologne ticket shop kaufen jack wird an allen drei tagen auf der ccxp cologne zu besuch sein bevor wir jetzt zum nächsten thema kommen möchte ich kurz darauf hinweisen dass wir aktuell noch unser gewinnspiel am laufen haben fünf mal zwei tickets für die ccxp cologne 2020 den link zum gewinnspiel wie auch teilnahmebedingungen und teilnahmeschluss findest du in der video beschreibung jetzt kommen wir jedoch zu einer anderen mitteilung derzeit erreichen aufgrund der aktuellen situation viele anfragen die köln messe die köln messe nimmt das thema sehr ernst die gesundheit aller mitbeteiligen ob aussteller gäste besucher oder andere teilnehmer steht an erster stelle zum aktuellen zeitpunkt stand freitag 13.03 15 uhr steht keine absage der ccxp cologne im raum ich betone keine absage die köln messe ist im engen austausch mit den zuständigen behörden bezüglich aller events die auch auf dem gelände der köln messe stattfindet sobald es neue infos gibt werdet ihr diese von den offiziellen kanälen der köln messe und von uns hören so das war es dann auch mit dieser folge ccxp cologne update wenn du kein update verpassen willst dann like teile und kommentiere es und abonnieren natürlich nicht vergessen bleibt gesund und bis zum nächsten mal ciao